Musik Herzlich Willkommen zu Reingeguckt! Heute schauen wir uns das Spiel One Hand Clapping an und ja, ich bin sehr gespannt auf das Game, weil man es mit seiner Stimme spielen muss. Sowas habe ich noch nie vorher gespielt. Das Spiel ist released worden am 10. Juni 2021, ist immer noch im Early Access und kostet derzeit 9,99 Euro auf Steam. Das ist mein erstes Review heute mit Cam. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Legen wir mal los! Stadt der Stille Okay, also wenn ich singe, macht dieses kleine Männchen auch was. Drücke A oder D, um dich nach links oder rechts zu bewegen. Okay. W zum Springen. Also jedes... Der nimmt echt jedes Geräusch auf. Also, ich könnte auch ASMR machen. Singe, um den Weg zu erleuchten. Gruseliges Monster Da 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 la 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 Alle meine Enttchen Wir wissen aber nicht, was das hier für ein Kerlchen ist und was wir in dieser Welt machen. Oh mein Gott Oh mein Gott Ich muss mir eine Brücke bauen Oh, das war glaube ich gut. Also wenn ihr das spielt Stellt die Mikrofonempfindlichkeit vielleicht ein bisschen höher ein Sonst nimmt er hier jedes Schmatzen auf Duett in der Wüste Oh hallo Singe einen tiefen Ton Duett in der Wüste After Drücke R um ein Puzzle zurücksxetzen Und Ah Oh . Das ist so cool. Das ist der Simulator der komischen Geräusche. Ich bestätige hiermit die Aussage über mich. Ich könnte bei jedem Spiel ragen, wenn ich wollte. Oh, wie süß sind sie denn? 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 Oh, wie see... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Oh, reicht das? Nice! In diesem Sinne, abonniert doch gerne diesen Kanal und lasst ein Herzchen da, wenn euch das Video gefällt! Oh Ida, du musst einfach nur zuhören! Ich bin so behindert! Ich will ihn befreien! Ich bin gescheitert mit meiner Stimme! Es tut mir leid! Ja, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen! Ich denke, ich habe genug gesehen, um zu sagen, dass dieses Spiel sehr, sehr außergewöhnlich ist! Also wenn ihr Spaß habt an Singen und Geräusche machen und ja gerne Rätselspiele spielt, dann ist das Spiel vielleicht sogar was für euch! Also wünsche ich ganz, ganz viel Spaß! Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Herzchen da, einen Daumen hoch! Genau, ein Herzchen gibt es ja nicht! Daumen hoch! Und ein Abo, würde ich mich sehr darüber freuen! Und dann sehen wir uns im nächsten Reingeguckt Review! Tschüss!